sag noch mal ich hab dich gerade nicht verstanden ja dann sag ich halt hallo herzlich willkommen zurück zu last night hier sind wir wieder wo der morg ist mal sind war hier morgen genau da schießt doch schon wieder einer was ich mir was weggenommen das schnabuliert was du haben und das ist mir das solch schnabuliert ich habe zwar eine pistole aber keine munition das ist auch immer gut ich auch hier sind schüsse ich habe dafür eine kördergranate soll ich machen wo ist denn der der schießt keine ahnung was du bist bist du denn jetzt hin ich bin hier ich höre dich wollen wir zu denen hin soll ich mal mit einer kördergranate aber einfach mal das mit der köhle gerade schief geht war das eine kurze runde ja erzähl mal was lustiges es gibt nichts lustiges ne außer dass wir mal versuchen zu den großen das bewegt sich das noch guck mal da steht auch la magdalena ja aber das loch war feuer da wo ich jetzt die mag oder hat ist dass der mega das loch sie gucken auf der karte ist bewegt zuerst ja ich sehe es gerade guck mal unter den der wollen ja jetzt ist unser der bohrensel dann müssen wir meinen geradeaus wir müssen nur geradeaus so fast direkt durch ja ja genau da loskommen ohne munition der mega lösern der schatten sind wir jetzt auf das geheimnis weg und uns gekommen oder munition guckt mal jetzt kommt er hier ja 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 stimmt da kommen wir uns jetzt wieder in die richtung zurück wo die meiner markierung noch sitzt das ist wirklich der mega nur dann waren wir so bescheuert die ganze zeit hätten einfach nur auf die karte auf und schein schwarz ja ich glaube wir können diesmal das ist schön dass wir ohne munition diesem menschen aber ich habe nur eine ködergranate die nützt bei allen nichts was habe ich denn dabei leuchtgeschoss v so ein messer messer ich habe eine ködergranate ja nämlich mal anschlag erweist dazu es gut ist ich habe meine auch schon da oben können wir vielleicht guten hier taucher tasche ja ich sehe sie gerade einmal schnell macht ich mal schnell hin ja was kommt denn da auf und zu ist auch ein hai das sieht aus nach tiger oder marco er hat mich wohl nicht gesehen oder kommt noch einer ich tauch mal ab ich bin glaube ich jetzt beim mich hat auch marco sei beruhigt aber ich bin jetzt beim versteck des haares mich hat der nächste aber ich weiß nicht wo ich lang muss ist aber bist du bei dem zaun vorbei geschwommen ja geradeaus beim zaun da ist jetzt so ein verstecktes haares ja okay alles dann dann weiß ich unter wasser base sein hier ist auch stahlfeile ich lass mal ein bisschen für dich da kommst du angegrützt ne ich brauche erstmal eine andere pistole für weil ich habe glaube ich die mit die mini raketen gut ich habe den schatten markiert ich okay er schwimmt wieder ein bisschen in die richtung hast du dingens ja komm hier strahlfeile ich brauche erstmal eine episode die dafür was bringt dann liegt daneben wenn nicht sind ja auch mini raketen habe ich gewechselt hier ist auch ein kompass sehr gut das hilft mir auch da ist ein helm würde ich gerne einstecken und jetzt dieser fette schatten bewegt sich jetzt richtung excels energy sie könnten rankommen weil ich scheiße egal was wir haben oder nicht haben hier ich hab mal den weg bisschen notiert ich habe mir auch markiert um wohl so gut dieses mal muss man sich fett bluten und dann zu diesem stand er ist ein bisschen jetzt links stehen geblieben na ja bisschen wieder in die andere richtung nur wieder mal für karte gucken aber das geräusch war wieder sehr nah diesmal und dann kam er wieder raus aus kann dieses geräusch muss damit zusammenhängen dass der denn raus kommt aus dem loch oder keine ahnung und der schatten scheint sich weg gehört und vielleicht ist der schatten irgendwie schätze mal weil der bewegt sich ja der schatten wenn sie so ein dicker schatten auf karte bewegt ne ja ich habe noch mal neu markiert sie schon wieder geändert ja schon falls gibt es hier und ein bisschen nun schon ein bisschen rüber hast recht und gewähr so jetzt ran dann an den feind und war schon da das ist ein schiff einfach nur was ist ein bisschen die sonne klaut wir müssen eh richtung norden ein bisschen hoffentlich sehen wir es noch im hellen was siehst du da wo bist du hin tigerhai so du bist links rum geschwommen ja ich bin rechts rum geschwommen tigerhai vor mir auch ich muss nach dir kommen müssen richtung norden ja ich bin hier an so einer pipeline und berg nach oben geht ja da bin ich auch jetzt habe ich muss mich erstmal verarzt ich habe markiert wollen schon könnte schon mal ein bisschen wieder vor ja mit unseren waffen sehen wir glaube ich gegen ihn aus diesmal sehen wir aber letztes mal war da wäre besser gewesen wahrscheinlich langsam kapieren wir also vielleicht ist es wirklich mal gucken hinter mir ja ich bin ein bisschen unter dir aber ich war gerade noch hinter dir ist über mir ne bin hinter dir erschießt den armen jungen jetzt ich erschieß den doch nicht achso ich messer den weg ach jetzt weiß ich auch auf der map wenn du die map aufmachst was das den hashtag mit der eins bedeutet in diesem gebiet befindet sich die nummer eins das bist du ach deswegen suchen sie mich und hashtag nummer zwei befinden oder hashtag nummer drei da befinden sich die leute in der gegend damit man weiß wo der führende sich gerade auffällt von der aktuellen runde jetzt jetzt er kommt damit man ihn jagen kann zum beispiel deswegen wirst du da angezeigt ist ja auch cool dass man sowas dann auch mal nach ich weiß wie 20 spielstunden erfährt ehrlich in der runde viel gelernt du brauchst ein fettes mg hast du eins ich habe zwei davon ja dann nehme ich natürlich eins also der mega lodon müsste wenn er es wirklich ist knapp vor uns schwimmen bitte danke hast du habe ich ich habe das gleiche okay ein bisschen richtung norden ich habe richtig angst vor allem wenn es jetzt so dunkel wird mit einem was der vor dir der hat mich schon zu wandern jetzt wieder ein bisschen rechts ne äh ja ich höre was plätschern oh zwei kleine haie die wegschwimmen oh jetzt wird es dunkel ne nein wir wollten noch den haie im hellen sehen aber wir müssen wieder links ein bisschen 340 grad kann es sein dass hier ein fettes oh 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 was ist denn das was ist denn das da das ist ja der mega lodon aber der greift nicht an ne noch nicht soll ich mal drauf ballern wo bist du denn willst du das mal bannen ja ok mach mal oh 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 nein nein Alter er hat mich nicht gekriegt nicht? jetzt hat er dich er hat einmal zugeknirscht und jetzt muss ich mich wiederbeleben hey bleib hier wo ist er denn hin? der kommt keine munition mehr ah warum wieder auf mich? auf mich hat er doch auch auf dich auch? ja ja mich hat er auch zerknirscht aber ich habe keine munition mehr ich bin äh leer okay wir haben den mega lodon wir haben das geheimnis um den mega lodon gelöst mega lodon so da schießt noch einer ah was? der fette kommt warum kommt der fette an? ich war gerade ich habe gerade mich wieder überleben hat er zugemissen Vorsicht! oh ja das war's ja der eine der jetzt hier rum geschwommen hat der äh wollte uns wahrscheinlich helfen wirst du das? ah nein 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 warum kommt der immer wieder? kommt der wieder? kommt der wieder? ja ich sehe ihn nicht ich sehe ihn nicht bitte nicht bitte nicht bitte 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 nicht da kommt er oh oh nein da reicht ein bisschen und ich bin weg ach schnell ich rette mich in die Mordbogung der hat aber einen fetten Wendekreis naja der braucht ein bisschen aber gut zu wissen ist dass man ihn mit ich denke mit dicken Waffen kann man ihn runterkriegen nicht genug Medikids ich bin gleich raus ah ich bin tot ja ich auch ja schade ja liebe leute das war die Jagd nach dem Megalodon damit ihr bescheid wisst und irgendwann killen wir den auch mal für uns richtig richtig wir wissen ja jetzt wo wir ihn kriegen ne auf der Map ist es der schwarze Punkt der sich bewegt da finden wir den Megalodon und dann brauchen wir nur noch goldene Waffen goldene Waffen ein bisschen mehr Zeit ein bisschen mehr Medikids ein bisschen mehr Zeit genug Medikids das ist auch sehr wichtig und dann gehen wir demnächst nochmal auf Haijagd ja sagen wir an der Stelle erstmal vielen Dank fürs Zusehen bis zum nächsten Mal so siehts aus ciao das ist ein Daumen da er lebt ciao der Hai